In den vergangenen Jahren habe ich ja schon relativ viele unterschiedliche Kurzwaffenholster vorgestellt. Da waren Holster dabei von Höppner & Schumann, von Safariland, Gear Maniacs, Israel Defense Store, schräger Ohrpatz Defense etc. etc. pp. Was all diese Holster immer wieder gemeinsam haben, ist eine Frage, die in nahezu allen dieser Videos gestellt wurde. Verursachen, Kaidex-Holster, Kratzer an den Waffen. Um eines direkt vorneweg zu sagen, ich bin eigentlich genau der Falsche, dem man diese Frage stellen sollte, denn mir ist das auf Deutsch gesagt scheißegal. Der Grund dafür, warum es mir eigentlich egal ist, liegt darin, eine Schusswaffe, eine Sportwaffe ist ein Gebrauchsgegenstand. Es ist kein Gegenstand, den ich in eine Glasvitrine reinlege, damit sie von aller Welt angeguckt werden kann. Sie wird benutzt, sie wird verschlissen und dazu gehört nun mal auch ein Oberflächenverschleiß. Das ist einfach so. Aber wir kennen auch die Schützen, das Auge ist mit und die Waffe muss natürlich toll aussehen. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Man kauft sich für 800 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro, 3000, 4000 Euro eine Waffe und am Ende hat das Ding total viele Kratzer. Uncool. Aber so ist nun mal das Leben und das ist nun mal auch eine Schusswaffe. Sie ist und bleibt ein Gebrauchsgegenstand. Ich habe soweit eigentlich von allen Herstellern, egal welchen, immer die Zusicherung erhalten, dass deren Holster aus Kaidex vor allem, also sprich einem heißgemachten Kunststoff, das um eine Form drum gewickelt wird, wo dann die Waffe eingesetzt wird, dass diese an der Waffenoberfläche keine Kratzer verursachen. Wir haben hier zum Beispiel ein Holster, ich weiß schon gar nicht mal welcher Hersteller das war, das war keiner der genannten. Das war das erste Holster für meine CZ-75. Es ist eine der wenigen Holster, die bei der CZ-75, also die alte Version mit dem runden Abzugsbügel passt. Und es passt sogar richtig, richtig gut. Ich habe es halt über die Zeit verändert, gepimpt, aufgemotzt, dass es für meinen heutigen Bedarf des Sportschießens funktioniert. Diese CZ-75 nehme ich jetzt mal als sehr, sehr gutes Beispiel, weil sie nicht mehr dem Originalzustand, was die Oberfläche betrifft, entspricht. Wir haben hier ein hartverchromtes Griffstück und wir haben hier einen auf Hochglanz polierten und brünierten Schlitten. Brünierung ist zwar eine sehr robuste Oberfläche, aber aufgrund der glatten Oberfläche durchaus auch sehr, sehr empfindlich, was Kratzer betrifft. Und ihr seht, die hat schon einiges an Holsterzeit gesehen. 0,0 Kratzer hier drauf. Noch nicht mal eine nennenswerte Abnutzung im Bereich der Mündung, wo sie also quasi immer in das Holster eingeführt wird. Wir kommen mal hier als nächstes zum Gear Maniacs Holster, das ich auch schon vorgestellt hatte. Hier für die CZ-P10, in meinem Fall die P10F. Ja, eine der wenigen Hersteller, die tatsächlich ein Formholster für die P10F in deutschen Landen produzieren. Und auch hier, das hat gerade im Trockentraining, weil das halt das ist für die Mantis X montierte Waffe. Hier im Trockentraining beim ersten Lockdown einiges an Rangetime gesehen. Also hier wurden schon viele, viele hunderte Zielwiederholungen ausgeführt. Und meine P10F 0,0 Verschleiß an der Oberfläche. 0,0 Kratzer. Wir gehen mal hier eine etwas günstigere Variante eines Holsters, das IDS Holster mit Thumb Release. Auch hier genau dasselbe, hat viele Holster Ziehbewegungen miterlebt. Keinerlei Kratzer, keinerlei Abnutzung. Wir haben auch hier das Safariland ALS Holster. Hier gibt es sogar der Hersteller, also Safariland, meiner Kenntnis nach, eine Garantie oder nicht eine Garantie. Aber sie haben es irgendwo schriftlich fixiert, dass ihre Holster innen drin eine so glatte Oberfläche haben, dass die Waffenoberfläche nicht beschädigt wird. Und auch hier die Glock, ich behandle die Glock nicht wirklich wie ein rohes Ei. Ich spanne den Schlitten bei mir in den Schraubstock und treibe wie ein Depp die Kimme raus. Also diese Waffe, das ist ein Arbeitstier letzten Endes. Und dafür ist sie ausgelegt. Dafür sind die Oberflächen ausgelegt. Das einzige, was hier Abnutzung erfahren hat, ist oben die Oberfläche vom Korn. Aber das war es auch schon. Also auch hier viele, viele Ziehwiederholungen hat diese Waffe in diesem Holster schon miterlebt. Keinerlei Kratzer. Genau dasselbe betrifft auch hier Höppner und Schumann Speedseck 4. Klassiker. Wettkampfholster. Hat auch bei mir unwahrscheinlich viele Zieh- und Holsterwiederholungen miterlebt. Und wir sehen, diese Waffe hat im Bereich des Schlittens 0,0 Abnutzung, 0,0 Kratzer, rein gar nichts. Ihr seht also, ihr könnt getrost diese Produkte tatsächlich benutzen. Eure Waffen werden daran nicht beschädigt. Eher werdet ihr, bevor ihr einen Kratzer erfahrt oder er haltet auf der Waffen Oberfläche, sehen, dass sich vorne durch die Ziehwiederholung eventuell ein bisschen die Brünierung oder die Oberflächenbeschichtung abnutzt. Und das bildet an der Waffe letzten Endes einfach nur Charakter, nicht mehr und nicht weniger. Man sieht, dass die Waffe auch tatsächlich benutzt wird und nicht nur einfach irgendwo im Tresor vor sich hin vegetiert. Ich möchte aber auch klipp und klar dazu sagen, ich will nie zu 100 Prozent ausschließen, dass es keinen Kratzer geben kann. Das wäre utopisch zu denken. Wenn ich jetzt überlege, ihr habt eine hochglanzpolierte und verkromte Waffe. Gibt es ja. Les Bär und wie sie alle heißen. Diese mexikanische Bandido, Cowboy, Bling-Bling, Kaugummiautomaten, Scheißdrecksdinger da. Wenn du auf dem Skischamm bist und neben kommt irgendwo ein Sonnenstrahl auf diese Kanone drauf, blendest du alle anderen Schützen. Hassig wie die Pest solche Dinger. Aber da sind die Oberflächen teils so empfindlich, dass natürlich der kleinste Staubkorn in einem Holster einen Kratzer verursachen kann. Das will ich noch nicht mal abstreiten. Sowas kann passieren. Aber wie gesagt, meine Waffen werden nicht unbedingt mit Samthandschuhen benutzt. Und ihr habt gerade gesehen, da ist nirgendwo auch nur im Ansatz Kratzer, Abnutzung, was auch immer zu erkennen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Video.